Hallo der Blind Spectator, für euch amikor und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Crusader Kings 3. Wir haben gerade wieder einen kleinen Krieg erklärt und werden nun hier unsere Armeen ausheben, um den Typen da unten mal lang zu machen. So, der hält sich für stark und kommt hier auch direkt an. Den Befehlshaber tauschen wir natürlich bitte wieder aus, weil ich bin sicher nicht der Befehlshaber. So, wir nehmen wieder unseren guten Ratsmarschall. Der ist nicht so krass wie ich, aber das ist halt auch schwer. So, hier versucht er einen Zusammenschluss von Armeen. Wir haben einen potenziellen Ritter. Oh, warte, warte, das läuft gerade zu schnell. Was kannst du? 19 Kampfgeschick, klingt gut. Dich will ich rekrutieren. Achso, nee, den habe ich schon rekrutiert. Hier ist noch ein Ritter. Nee, das ist immer noch derselbe. Okay, Leute. Jetzt ist hier aber auch mal gut mit eurer Rumpfliegerei. Den da kriege ich. Alter, dieses Katze- und Maus-Spiel halt immer, wo man immer hinterher rennen muss. Es ist so nervig. Jetzt haben sie sich zusammengeschlossen. Oh, nee, da würde ich Verschleiß kriegen. Äh, da hat irgendjemand äh, konvertiert das jetzt von einem bogomischen Glauben. Sei es drum. Ah, ein potenzieller Ritter. Bist vernarbt. Das ist ja schon mal gar nicht so gut. Aber Kampfgeschick. Beschuldigen, die Kleiderverordnungen verletzt zu haben. Okay. An den Hof rekrutieren. Kostet nur 35. Der Junge ist ein Schnabber. Ein Schnabber ist der Fresco. Wer bist du? Kannst du auch was? Ich könnte dich auch an den Hof rekrutieren und dich kämpfen lassen. Okay. 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 Ich meine, 11 ist in Ordnung, oder? Aber. Äh, das ist. Jetzt haben die da so eine Scheiße, dass die da oben sitzen. Wie würde die Schlacht ausgehen? Sehe ich nicht. Ich würde eine entscheidende Niederlage einstecken. Das geht ja gar nicht. Andalberto ist gestorben. Okay, wir brauchen hier auch einen neuen Befehlshaber. Mein Ratsmarschall ist einfach gestorben. Oh, ich habe eine Bürgermeisterin, die das machen kann. Es ist schon krass, wie die das Kampfsystem geändert haben. Ich habe eine dreimal so starke Armee quasi. Und würde aber knallhart verlieren. Es ist schon, ähm, ist schon ganz anders als früher noch. So, monatliches Prestige pro Ritter, das bringt mir nämlich auch noch was. So, der Herzog da hinten ist zu diesen Glauben da konvertiert. Der war Vasall, der ist Vasall im Pontifikat. Das wird potenziell für ihn nicht gut ausgehen. Sage ich, wie es ist. Da bin ich early. Wie lange braucht der, um das da einzunehmen? 325. Das heißt, ich bin schneller, weil ich früher angefangen habe. Direkt? 6 Monate? 10 Monate. Ja. Und danach kann ich dann vielleicht noch darüber wandern. Das heißt, ich lasse es laufen. Ehepartner, hohe Ansprüche. Meine Gemahlin, stellt mir eifrig einen Mann vor. Mein König, darf ich euch Urtilian vorstellen? Er hat Anspruch auf die Titel der Grafschaft von Konsensa. Urtilian verbeugt sich von mir. Es ist mir eine Ehre. Leider hat mir diese Titel vorenthalten. Wenn mir kein Wohltäter zur Seite steht. Welcher Titel Konsensa da unten? Du gehörst aber nicht zu meinem Haus. Viel Glück dabei. Es bringt mir halt nichts. Wenn ich ihm das gebe, dann wird er ein eigenständiger Herrscher. In erster Linie mal. Glaube ich. Ein neuer potenzieller Ritter ist eingetroffen. Der ist sogar Riese. 15 Kampfgeschick. Den Hof rekrutieren. Ich habe jetzt halt schon 10 von 10 Ritter. Aber dadurch kann ich jetzt zum Beispiel dem da verbieten wir das. Den Hammersfoten. Wie hieß der Typ der Riese, den wir gerade rekrutiert haben? Der da. Der macht gerade schon bei dieser Ritter nochmal mit. Den zwingen wir auch. Ritter sind schon eine gute Sache. Glaube ich. Loyalität oder Angst? Als König schuldet mir mein Vasall die Treue. Mein Wort ist gesetzt, aber was ist gehorsamer Wert ohne Hingabe? In Krisenzeiten können langsame Reaktionen oder halbherzige Mühen zu einer Katastrophe führen. Dann kann ich mir ein solches Risiko leisten. Ich könnte großzügiger Lehnser werden. Dadurch würde ich aber weniger Steuern kriegen. Schrecken. Es gibt wichtigere Menschen, die ich beeindrucken muss. Die Königin Adelberta ist mir zwar eigentlich scheißegal, aber es ist die beste Entscheidung. Wir können einen großen Ritus abhalten. Wir werden den gehörten Gott ehren und tief in die Mysterien unserer Gunst eintauchen. Der große Ritus ist eine hervorragende Gelegenheit, andere Hexen kennenzulernen und mein Wissen mit ihnen auszutauschen. Ich bin gespannt. Machen wir mal. Großer Ritus ein ungebetener Gast. Als die anderen Hexen in Siena eintreffen, erhasche ich einen Blick auf ein Gesicht, das mir nicht vertraut ist. Meine Enkelin Tiziana begrüßt mich und stellt mir den fremden Gast aus Luzinetta vor. Wie sich herausstellt, sind sie alte Bekannte und Tiziana fragt, ob Luzinetta in unsere Ritus anschließen darf. Aber die ist wahnsinnig. Die würde dann halt teilnehmen. Okay, I guess. Aber dann weiß sie von uns allen das Geheimnis. Großer Ritus, der Vollmond geht auf. Als der gehörte Gott am Mond am Himmel, als der Mond am Himmel emporsteigt. So. Und die Ankunft von dem gehörten Gott verkündigt. Spüre ich, wie meinen Körper auf die sonne wahrigen Kräfte antworten, die in der Luft liegen. Die Silhouetten um das große Feuer herum sind stumm und reglos. Sie warten auf das, was da kommt. Da ich diese Versammlung ausrichte, ist es an mir das Ritual zu beginnen. Hierzu führe ich folgendes. Ich lese aus einem uralten Ritual. Eine Bildungsherausforderung. Eine Ränkespielherausforderung. Ich wirke etwas vermeintlicher an Energie mittels Geräuschen und Schatten. Oder eine Diplomatieherausforderung. Ich verlasse mich auf meinen Charisma und improvisiere. Oder ich bringe ein Opfer dar. Wir waren die Bildungsherausforderungen. Wir sind nämlich mega smart. Die alten Worte sind sonderbar und doch sprechen sie mich auf einer instinktiven Ebene an. Sie weben ein verzauberndes Muster voller Schönheit und Verheißung. Meine Gäste sind vollkommen gebannt. Als ich das Zauberbuch in eine dramatische Geste schließe, hört man ihren Jubel im ganzen Hain. Da die Hauptzeremonie nun beendet ist, können mein Gäste und ich uns so der Verehrung widmen, wie wir es für richtig halten. Ich bitte Thomas, mich zu errichten in der Kunst der Komplotte. Da würde ich dann ein Ränkespiel vorzukriegen. Einfach so. Krass. Ich teile die fleischlichen Gaben von der gehirnte Gott mit jemandem. Ihr werdet jemanden mit einem ähnlichen Drang finden. Fleischliche Gaben, Kannibalismus oder was? Ich verbringe Zeit mit der impulsanten Luzinetta. 5% wir verstehen uns prächtig. Oder sie wird mein Rivale. Wir könnten Anspannung verlieren. Ich, äh, hallo? Ich weiß, wir gehen zwar nicht auf Ränkespiel, aber ein Vorteil ist ein Vorteil. Ach, kann ich das jetzt gar nicht skillen? Oh doch, hier, warte. Äh, Druck, äh, da, da, da. Verführungskonflottstärke. Ähm, da, da, da. Schreckenszuwachs. Wir machen... Wahrheit ist relativ. Ich weiß nicht, ob wir es nutzen werden, aber das ist schon krass. Meine Gäste und ich haben der gehörnte Gott verehrt. Geheimniswissen ausgetauscht und innige Bande geknüpft. Mein Geist schwirrt von neuen Ideen und mein Körper braucht unbedingt etwas Ruhe. Noch nie habe ich mich so nach einem Warmbett gesehnt. Okay, cool. Interessant. Ich hab... Bin krank. Ob König, Bauer oder Hochwohlgeboren oder gemein, all das spielt keine Rolle. Am Ende sind wir doch alles sterblich. Ich rufe einen Arzt. Schnellstens. So, wer ist der Bessere? Hier, 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 da, da. Sie ist die Bessere. Sie wird mein Hofarzt. Ein scharfes Auge. Äh, er könnte gierig werden. Das ist gar nicht mal so schlecht. Wird er aber seine Diplomatie senken? Würde sich allerdings letzten Endes ausgleichen. Monatliche Einnahmen würde es halt erhöhen. Gesellig. Lüstern. Gesellig ist auch nicht verkehrt. Wenn man gesellig... Du wirst gesellig, Junge. Tut nur das Nötigste. Ein wenig besser. So ist es recht. Meine Anspannung ist halt... Also ohne Witz, ich krieg so gut wie keine Anspannung. Ähm. Ein verschmähter Höfling. Warum habt ihr, Ludwika, diesen Einfallspinsel, einen Titel am Hof verliehen und nicht mir? Weil sie mein Hofarzt ist. Meine Enkelin Antonella tobt vor Wut. Offenbar war sie sicher, dass die ihre Ehe zu teilen werden würde und niemand sonst. Also Punkt 1, Mädchen. Du hast dich nicht beworben als Hofarzt. Punkt 2. Bist du halt scheiße dumm. Also wirklich. Du bist richtig dumm. Deine einzige Bildung, die du hast, ist, weil du an meinem Hof bist. Hast du Lack gesoffen oder was? Außerdem hast du eine eigene Titel gegründet als Bastard. Was ist falsch mit dir? Jetzt machen wir mal halblang. Könnte sie zu meinem Seneschal machen. Kontrollzuwachs. Jetzt machen wir mal halblang, Mädchen. Immer langsam mit den jungen Pferden. Also wirklich. Denken die, die sind was Besseres und haben sich was verdient, nur weil sie Verwandtschaft sind. Sowas hat man gern. So, wir müssen den Typen da jetzt, äh, ich werde wahrscheinlich verlieren. Ich habe einen Kriegshammer von denen bekommen. Warum verliere ich gegen den? Was hat denn der so Tolles? Verstehe ich nicht. Schwarze Truppe von Ampubien. Also zum einen... Ach nee, Moment, warte. Schwarze Truppe ist die Feindarmee. Wie kann ich die anklicken? Ich will halt wissen, was die jetzt letzten Endes da haben. Also hier sehe ich ja... Okay, hier sehe ich die Hau... Äh, der hat 30... 30 Dingens. Das ist halt krass. Und das ist eine recht ausgewogene Armee. Aber was soll ich denn machen? Also wirklich. Ich kann den halt höchstens ausweichen und gucken, dass ich hier meine Points vollkriege. Wenn ich den Ball hier komplett erobert habe. Das hier dauert 250. Ich versuche das hier jetzt zurück zu erobern. 141. Das ist halt schneller. Ich werde wahrscheinlich verlieren. Nicht dagegen was machen? Söldner? Habe ich nicht wie eine Kohle dafür. Also ich könnte es machen und mich halt verschulden. Was billiges halt. Der Bitterwinter-Trupp zum Beispiel. Anwerben. Das kann man so nicht... Also... Sollte ich mal hier jetzt erstmal noch kurz weiter... Den schicken wir schon mal da hin. Natürlich wird er da sein. Ob er will oder nicht. Ich muss halt gleichzeitig mit dem dann letzten Endes da ankommen. Aktion gegen euch geschaffen? Ja okay. Bauern für... Whatever. Dinge die wir tun. Also ich mag meine Frau. Das ist eine gute Sache. Da kann ich eigentlich noch jemand hier groß zur Hexerei bekehren. Die hier jetzt. Hat eine höhere Erfolgsschance als vorher. Aber sie will halt immer noch nicht. Da haben wir ja schon. Und bei Minderjährigen funktioniert es nicht. Die hier könnten wir Sechserei bekehren. Okay. So. Ah, da fehlt noch was. Jetzt sind sie ungefähr gleich weit entfernt, oder? Ich werde wahrscheinlich verlieren. Wirkliche Schlacht nach 43 Tagen. Versuchen wir unser Bestes. Ich kann natürlich auch mich als Befehlshaber einsetzen. Ich bin besser als der Typ. Oh ne, was passiert denn da jetzt? Ich will doch gar nicht gegen euch kämpfen, Alter. Oh Gott. Scheiße. Ein Trupp, den ich frisch gekauft habe. Seit Beginn meiner Suche erreichen mich aus allen Ecken des Landesberichtes übersichtigen, prächtiger weißer Füchse in dem Fall. Es ist eine gewaltige Mühe, den Bericht durchzugehen und die Wahrheit von Humburg zu trennen, wären die Berichte doch nur zuverlässiger. Mein Ratsverhalter macht es. Ohne Witz zum Kotzen, dass da jetzt dieser Idiot da rumstahnt. Das kann doch nicht sein. Der hat man halt auch nicht gesehen. Und ich ralle nicht, warum ich so schlechte Chancen gegen den Typen habe. Also wirklich. Ich habe noch einen Sohn bekommen. Alejardo, der kann gar nichts. Toll. Leere Ratsposten. Mein Ratsverwalter ist wohl gestorben. Ja, du willst doch unbedingt einen Posten. Viel Spaß. Das ist jetzt mein... Okay, ihr habt euch da hinten gesammelt. Ihr dürft da bitte nicht wieder direkt in die anderen reinrennen. Ja, der ist gerade gestorben. Er lag seinen Verletzungen. Okay. Bin nicht mehr krank. Sehr gut, ich werde ewig leben, Leute. Also wir haben das Ding da wieder erobert. Okay, immerhin. So, der hier braucht 240, um es zu belagern. Ihr könnt natürlich so ein Belagerungs-DL machen. Ich versuche was zu erobern, er versucht was zu erobern. Und dann schauen wir, wer letzten Endes dann die wichtigeren Punkte schnell erobert hat. Wäre denkbar. Wie ist die da stehen? Die stehen da einfach. Wie so Arschlöcher. Nein. Ach komm, jetzt könnt ihr nicht mehr umdrehen, oder was? Was hat dieser Typ gegen mich? Ich helfe dir, du Idiot. Du wirst doch von denen angegriffen. Alter, was für ein Lauch kann man sein? Oh, scheiße. Aber ich bin auch selbst schuld. Ich habe hier doch Italien. Ich hätte hier doch meine Armee ausheben können. Also diesen scheiß Trupp da. Okay. Kann ich den Papst mal wieder um Geld bitten? Man kann nicht. Kommen die jetzt? Nee. Machen nix. Okay, also ihr löst euch auf. Wechselrei konvertieren. Die ist gerade krank, aber das kann man trotzdem machen. Ja, aber das macht die schon von allein. So. Wir machen hier einen fucking Sammelpunkt. Ihr habt einen fallenden gelassenen Anspruch auf die Großstadt von Venezien erhalten. Cool. Durch einen Patz oder hat jemand mit eins gewürfelt? Ah, Moment. Tolle. So, hier alle ausheben. Was kommt da jetzt? Was kriegen wir dafür? So, Leute. Null. Cool. Okay, wir haben 100% reicht. Jesus. Alle auflösen. So, und das war eine weitere Folge von Crusader Kings 3. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns dann, wenn ich so wieder bis dahin. Haut rein. Ich schätze dich. Untertitelung des ZDF, 2020